Kurz nach Ende der Corona-Pandemie hat die internationale Staatengemeinschaft unter Führung der WHO damit begonnen, den sogenannten WHO-Pandemievertrag zu verhandeln. Dieses internationale Abkommen soll sicherstellen, dass die Anstrengungen der Länder bei einer zukünftigen Pandemie besser koordiniert werden, sodass vor allen Dingen auch die ärmeren Länder zeitnah an Impfmittel und andere Hilfsgüter kommen. Trotz dieser hehren Ziele gibt es hier jede Menge Kritik an den Verhandlungen. Es wird zum Beispiel gesagt, dass hier der WHO weit mehr Macht, weit mehr Befugnisse eingeräumt werden, als tatsächlich für die humanitäre Erfüllung dieses Vertrages notwendig wäre. Viele befürchten sogar, dass der Vertrag dazu führt, dass es zu Zwangsimpfungen kommt und weiteren Lockdowns, die dann von anonymen Behörden und nicht gewählten Bürokraten irgendwo in New York oder Genf weltweit so verhängt werden. Was es damit auf sich hat und wie Auswanderer davon betroffen sind, das wollen wir in diesem Video besprechen. Zunächst einmal natürlich die Frage, warum befasst sich unser Kanal, wo es ja hauptsächlich um Auswanderung, Steuern im Ausland etc. geht, mit diesem WHO-Pandemievertrag. Nun, das kann ich dir relativ einfach beantworten. Fast in jedem Beratungsgespräch, was ich führe, kommt die Pandemie zur Sprache. Viele Mandanten wollen ganz sicher gehen, dass sie in ein Land umziehen, in welchem eine mögliche Pandemie in Zukunft weniger restriktiv gehandhabt wird, als dies zum Beispiel in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern der Fall war. Ja, tatsächlich kann man sagen, dass viele Mandanten traumatisiert sind vom Erlebnis dieser Pandemie beziehungsweise davon, wie die Staaten darauf reagiert haben. Die Pandemie war wirklich für viele eine Zäsur. Hier hat man, so sagen die Mandanten, gesehen, wie der Staat reagiert, wenn es eng wird, wenn es mal ein bisschen schwierig wird. Und dann hat er gleich so drakonisch draufgeschlagen und hier diese Lockdowns, Maskenpflichten und weiß weiß ich was noch verhängt. Ganze Industriezweige sind letztlich hier pleite gegangen. Viele Unternehmer haben ihre Existenz, ihr Hab und Gut verloren. Gerade auch Jugendliche haben besonders psychisch und seelisch sehr gelitten. Kurz und gut für viele ist das Erleben der Pandemie ein Auslöser, um über die Auswanderung nachzudenken und diese forciert zu verfolgen. Und wie gesagt, viele wollen spezifisch in Länder umziehen, in welchen ihnen ein besseres Schicksal blüht, falls es nochmal zu einer Pandemie kommen würde. Das ist der Grund, warum wir uns hier in diesem Kanal mit dem WHO-Pandemie-Vertrag befassen. Denn dieser wird ja in Zukunft doch weitgehend regeln, wie Länder hier mit einer Pandemie umzugehen haben. Wie ist meine persönliche Einstellung zu dem Thema? Nun, ich bin absolut kein Impfgegner. Ich bin ein Befürworter der Impfung. Ich habe alle Impfungen bekommen, so schnell sie verfügbar waren. Mir ist natürlich bewusst, dass jede Impfung mögliche Nebenwirkungen hat. Ich war nicht von Nebenwirkungen betroffen. Ich kenne auch niemand, der von Nebenwirkungen betroffen war. Aber natürlich, ich weiß, dass es Nebenwirkungen dieser Impfungen gibt. Wenn man die Nebenwirkungen abwägt mit den Nutzen, die diese Impfung hat, meiner Meinung nach, ist dennoch die Impfung auf jeden Fall sinnvoll. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe ein viel größeres Problem damit letztlich, wie die Staaten hier mit der Pandemie umgegangen sind, wie sie auf die Pandemie reagiert haben. Stichwort Lockdowns. Ich kann den ersten Lockdown noch irgendwo verstehen. Man wusste nicht genau, was man machen muss, wie gefährlich das Ganze ist und wie man die Bevölkerung davor schützen kann. Aber die weiteren Lockdowns waren doch dann meiner Meinung nach viel zu drakonisch. Da hätte man auch andere Wege finden können, damit umzugehen. Aber hier wurde einfach dann blind diese Lockdown-Strategie verfolgt. Und das hat meiner Meinung nach zu großen Schäden wirtschaftlicher und gesundheitlicher Natur vor allen Dingen geführt. Ich halte den WHO-Pandemie-Vertrag für eine gute Idee. Es ist sinnvoll, wie gesagt, dass hier insbesondere im Hinblick auf die ärmsten Länder die Aktivitäten der Länder besser koordiniert werden, dass Impfstoffe zeitnah zu diesen ärmeren Ländern kommen. Wir hatten ja bei der letzten Pandemie vielfach die Situation, dass Impfstoffe verrottet sind in den reichen Ländern, weil diese sie nicht verwendet haben, bevor eigentlich die ärmsten Länder überhaupt geimpft waren. Natürlich halte ich es für sinnvoll und das werden viele Ärzte sicherlich genauso sehen, dass es hier internationale Anstrengungen gibt, das in Zukunft zu verhindern. Wenn ich mir jedoch den Pandemie-Vertrag heute anschaue und ich habe die letzte Version gelesen, die es hier online gibt, dann muss man sagen, dass dies viel weiter reicht, was da vereinbart wurde, als jetzt nur hier die bloße humanitäre Sorge um die ärmsten Menschen auf dieser Erde. Und das hat natürlich auch Kritik an dem Vertrag ausgelöst von verschiedenen Seiten. In Deutschland ist natürlich eine seriöse Diskussion solcher Themen, wie mir scheint, nicht möglich. Wenn du in Deutschland hier online suchst, zum Beispiel nach WHO-Pandemie-Vertrag, dann findest du beispielsweise Artikel wie diesen hier. Ein Artikel auf der ARD-Webseite beziehungsweise der Tagesschau-Webseite. Hier werden also jene, die den Pandemie-Vertrag kritisieren oder in Frage stellen, als zur Verschwörungsszene zugehörig abgekanzelt. Wenn du dir den Artikel durchliest, ich packe ihn hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein, wirst du sehen, dass er sich wenig sachlich beziehungsweise überhaupt nicht mit den tatsächlichen Kritikpunkten auseinandersetzt, mit den Sorgen auseinandersetzt, die hier manche haben in puncto Pandemie-Vertrag, sondern einfach darauf aus ist, polemisch jene abzuurteilen, die hier eine andere Meinung haben. Gott sei Dank ist aber diese Berichterstattung in anderen Ländern nicht so einseitig, wie es in Deutschland ist. Da kann man sich noch sachlich über manche Themen unterhalten. Und auch die Medien liefern hier Beiträge, die eine gewisse Meinungsvielfalt repräsentieren. Grundsätzlich zielt die Kritik an dem Pandemie-Vertrag auf zwei Dinge ab. Zunächst mal macht man sich hier Sorgen, wie weit eigentlich hier die Macht der WHO ausgeweitet wird. Das ist der eine Punkt. Die andere Sache ist letztlich die WHO selbst. Es gibt zum Beispiel seitens der republikanischen Senatoren im amerikanischen Senat, also der Oberkammer des amerikanischen Parlamentes die Kritikpunkte, dass die WHO hier reformbedürftig ist, dass sie sich als inkompetent während der Pandemie gezeigt hat und man hier zunächst mal einiges aufarbeiten müsste, bevor man jetzt der WHO hier weitere Verantwortlichkeiten überträgt. Insbesondere wird hier die Nähe der WHO zur chinesischen Führung hervorgehoben und man sagt, dass China hier im Grunde genommen glimpflich weggekommen ist und nie eigentlich hier für seine Verantwortlichkeiten zur Pandemie, zur Rechenschaft gezogen wurde und auch hier die WHO mehr oder weniger auf einem Kuschelkurs mit China ist. Das sehr renommierte Wissenschaftsmagazin Nature zum Beispiel hat die WHO dafür kritisiert, dass die geplante zweite Phase der Nachforschungen zum Beginn der Pandemie nie wirklich begonnen wurde, weil China hier den Zugang verweigert hat und Informationen nicht weitergegeben hat und dann wurde das Ganze eigentlich klammheimlich eingestellt. Die WHO widerspricht dieser Tatsache, aber Nature insistiert, dass sie entsprechende E-Mails gesehen haben, die eine solche Position bestätigen. Die Chinanähe der Pandemie ist das eine. Die andere Sache ist so die Frage, wer eigentlich die Geldgeber der WHO sind und welche Abhängigkeiten sich dadurch seitens der WHO ergeben. Das ist die Webseite der WHO und hier sind die Top 20 Financiers der WHO aus dem Jahre 2021 ersichtlich. Die letzten verfügbaren Zahlen. Hier sieht man, dass Deutschland am meisten zum Budget der WHO zusteuert. Insgesamt über 1,2 Milliarden Dollar. Aber die Bill und Melinda Gates Foundation, also die Stiftung von mittlerweile nur noch Bill Gates, seine Frau, ist ja ausgestiegen und hat sich von ihm getrennt. Man munkelt wegen seinen Verstrickungen mit Jeffrey Epstein, hat immerhin noch fast 800 Millionen Dollar hier der WHO zur Verfügung gestellt. Die Vereinigten Staaten selbst nur 700 Millionen. Und ja, es ist natürlich Bill Gates und seine Stiftung, die hier doch für einige Unruhe sorgen und für Bedenken. Ich halte auch die Figur von Bill Gates in diesem Zusammenhang für sehr bedenklich und lasse es mich ganz klar sagen, ich glaube nicht an diese ganzen Verschwörungstheorien, die hier rund um Bill Gates so im Internet herumschwirren. Ja, dass er irgendwie versucht hat, mit Impfungen hier Microchips zu implantieren, dass er will, dass so und so viele Afrikaner letztlich sterben. Das glaube ich alles nicht. Das ist meiner Meinung nach alles totaler Quatsch. Aber es gibt meiner Meinung nach sehr ernstzunehmende Kritikpunkte. So setzt sich beispielsweise Bill Gates sehr stark dafür ein, dass in Afrika die traditionelle Landwirtschaft durch eine industrielle Landwirtschaft ersetzt wird. Jene industrielle Landwirtschaft, die meiner Meinung nach die zerstörerischste Branche eigentlich auf unserer Erde ist. Die dafür verantwortlich ist, dass Regenwelder abgeholzt werden, dass unsere Gewässer verdreckt werden. Die dafür verantwortlich ist, dass unsere Böden zerstört werden. Also die industrielle Landwirtschaft mit ihren Kunstdüngern, mit ihren genmanipulierten Pflanzen, mit ihren patentgeschützten Samen. All das will Bill Gates gerne in Afrika in großem Stil implementieren. Vielfach gegen den Willen der Kleinbauern dort. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist seine ganze Haltung hinsichtlich der angeblichen Überbevölkerung. Hier hat ja erst das wissenschaftliche Magazin Lancet im Frühling dieses Jahres, also im Frühling 2024, eine sehr aussagekräftige Studie veröffentlicht, wonach 99 Prozent der Länder bis 2100 eine schrumpfende Bevölkerung haben werden. In vielen Ländern ist dieser Bevölkerungsrückgang geradezu dramatisch. Da wird sich in den nächsten Jahrzehnten die Bevölkerung halbieren. Auch in China wird sie sehr stark zurückgehen. Deutschland hat genau das gleiche Problem. Ja, also von Überbevölkerung kann keine Rede sein. Wenn Bill Gates davon spricht, dass es zu viele Afrikaner gibt, ja, so sagt er es natürlich nicht. Ja, das ist jetzt meine Formulierung. Er sagt das viel eleganter und durch die Blume. Dann muss einen das an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte erinnern und auch der Kolonialzeit. Das sind Bemerkungen, die kann sich so eigentlich keiner mehr erlauben. Und dennoch kann er ungestraft solche Aussagen machen. Sicherlich ist es natürlich korrekt, dass es in diesen armen Ländern in Afrika Herausforderungen gibt. Hier ist die gesundheitliche Versorgung nicht so groß. Es gibt viel Armut. Ja, das ist natürlich absolut richtig so. Die Herausforderung besteht also, wie man diesen Menschen helfen kann. Ob man ihnen damit helfen kann, dass man ihnen sagt, naja, am besten gäbe es euch gar nicht, ja. Das wage ich doch mal stark zu bezweifeln. Vor allen Dingen im Hinblick auf den sehr starken Bevölkerungsrückgang weltweit, den wir in den entwickelten Ländern in den nächsten Jahren zu befürchten haben. Und die Sorge vieler Bürger in Deutschland und sonst wo in Europa ist natürlich nun, dass man hier Macht transferiert von Parlamenten mit gewählten Volksvertretern an Organisationen wie die WHO. Also eine Organisation, wo nicht gewählte, anonyme Bürokraten das Sagen haben, die dann wiederum sich finanzieren lassen von Leuten wie Bill Gates und seiner Stiftung. Und wie ich gerade erklärt habe, sind tatsächlich Maßnahmen, die Bill Gates hier unterstützt, die er umsetzen will in Afrika, meiner Meinung nach nicht gut. Und diese Maßnahmen unterstützt auch die WHO. So ganz nach dem Motto, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Das sind also ungeklärte Punkte betreffend der WHO und hier würden sich viele Kritiker wünschen, dass hier die WHO selbst reformiert wird, dass sie sich letztlich hier strikt um ihr Mandat kümmert, nämlich humanitäre Hilfe der Ärmsten und hier nicht versucht, bestimmte ideologische Maßnahmen umzusetzen. Das ist jedenfalls der Eindruck, den viele haben. Das Ganze erscheint undurchsichtig und man hat das Gefühl, dass hier viel in Hinterzimmern verhandelt wird. Kommen wir nun also konkret zu dem WHO-Pandemie-Vertrag. Ganz am Anfang möchte ich sagen, ich habe den Vertrag angeschaut. Ich kann daraus nicht erkennen, dass dieser Vertrag die WHO hier dazu autorisieren würde, Zwangsimpfungen anzuordnen oder auch Lockdowns anzuordnen. Im Gegenteil, der Vertrag enthält eine Klausel, in der steht, dass letztlich das ganz alleine die Entscheidungen der Länder sind. Ich möchte dir diese Klausel nun einmal zeigen. Im Artikel 24 ist dieser Teil geregelt. Nothing in the WHO-Pandemie Agreement shall be interpreted as providing the WHO Secretariat, including the WHO Director General, any authority to direct, alter or otherwise prescribe the domestic laws or policies of any party or to mandate or otherwise impose any requirements that parties take specific actions such as ban or accept travelers, impose vaccination mandates or therapeutic or diagnostic measures or implement lockdowns. Also übersetzt heißt dies, dass nichts in diesem Vertrag die WHO dazu autorisieren würde, Dinge wie zum Beispiel eine Impfpflicht oder aber auch Lockdowns hier anzuordnen. Gut, ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Allerdings finde ich, dass die Risiken in diesem Vertrag gar nicht mal so unbedingt jetzt die Anordnung von Lockdowns oder einer Impfpflicht ist. Solche Sachen waren von Anfang an unwahrscheinlich, meiner Meinung nach, dass hier die WHO dazu autorisiert werden würde. Der Teufel, meiner Meinung nach, steckt in ganz anderen Details und damit wollen wir uns jetzt mal hier konkret auseinandersetzen. Also zunächst müssen wir festhalten, dass es sich um ein völkerrechtliches Abkommen handeln würde, das abgeschlossen wird. Das hat einen sehr großen rechtlichen Stellenwert. Also zum Beispiel Doppelbesteuerungsabkommen sind völkerrechtliche Abkommen. Keiner wird bezweifeln, wie wichtig und wie bindend solche DBAs sind und das Gleiche ist es hier auch. Also das heißt, selbst wenn es hier nur um bloße Leitlinien oder Absichtserklärungen geht, man kann dazu auch sagen sogenannte Soft Laws, dann kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass selbst diese, sage ich mal, sehr harmlos bezeichneten Absichtserklärungen oder Leitlinien dennoch als Druckmittel gegenüber kleinen Staaten oder auch anderen Unterzeichnern hier eingesetzt werden können. Also man darf nicht die Bedeutung dieses Abkommens hier unter den Tisch kehren. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man hier Zeit investiert und dass man eben hier auch nicht zu viel vereinbart, denn das könnte sonst später sehr signifikante Folgen haben. Ein Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist, dass der Pandemievertrag eine Fülle von Maßnahmen beinhaltet. Er hätte sich darauf konzentrieren sollen, hier humanitäre Hilfe den ärmsten Ländern zu bieten und nicht einfach diese ganzen Maßnahmen, die jetzt dort beschrieben wurden. Meiner Meinung nach, das hätte hier dazu geführt, dass es weit weniger Diskussionen gibt auf der internationalen Ebene und auch viel weniger Änderungsanträge. Stattdessen ist der Vertrag so umfassend, dass es hier unendlichen Diskussionsbedarf und auch Verhandlungsbedarf zwischen den Ländern gibt. Grundsätzlich lassen sich die Maßnahmen in vier Themenblöcke unterteilen. Umgang mit den Erregern, die Entwicklung und Herstellung von Gütern zur Bewältigung der Pandemie, zum Beispiel Impfstoffe, Medikamente, deren Beschaffung und Verteilung, sowie schließlich die Information der Öffentlichkeit. Wir wollen jetzt hier die in dem Vertrag beschlossenen Maßnahmen zu diesen vier einzelnen Themenblöcken einmal anschauen und bewerten, inwieweit diese sinnvoll sind oder nicht sinnvoll erscheinen. Man muss wissen, wie gesagt, dass das Ganze natürlich auch Work in Progress ist, wie man auf Englisch sagt. Das heißt also, da werden ständig Änderungen hier auch vorgenommen. Zum Teil sind die Dinge, die wir jetzt hier erwähnen werden, möglicherweise schon gar nicht mehr aktuell, weil sie aus dem Vertrag entfernt wurden. Also Teil 1 eben Umgang mit Erregern. Hier schlägt der Vertrag ein Monitoring-System für ungewöhnliche Erkrankungen vor, also jene, die bisher noch nicht so gut bekannt sind und diese Daten sollen dann geteilt werden. Das ist meiner Meinung nach eine sinnvolle Sache. Damit wird sichergestellt, dass die Informationen fließen. Wie realistisch es allerdings ist, dass tatsächlich dann Länderinformationen teilen, das bleibt abzuwarten. Wir wissen ja, dass gerade China sich geweigert hat, hier detaillierte Informationen zur Verfügung zu stellen, was ja eigentlich erst die Pandemie so schlimm gemacht hat, wie sie wirklich ist. Hätte China hier von Anfang an richtig kommuniziert, hätte die WHO hier ihre Aufsichtsrolle tatsächlich wahrgenommen, wäre vermutlich die Pandemie lange nicht so schlimm gewesen, wie sie dann tatsächlich war. Aber wie dem auch sei, ein Monitoring-System sicherlich sinnvoll. Ein weiterer Teil dieses Vertrages, eine weitere Maßnahme ist, dass aber diese Informationen nur in von der WHO zertifizierten Systemen gesammelt werden sollen. Das finde ich natürlich sehr problematisch. Und warum auch? Wir haben ja gesehen, dass eigentlich der Datenaustausch zwischen zum Beispiel Wissenschaftlern während der Pandemie recht gut funktioniert hat. Jetzt hier eine zusätzliche Bürokratie aufzubauen, dass man dazu von der WHO zertifizierte Systeme verwenden muss, halte ich für komplett überflüssig. Warum auch? Es hat davor funktioniert. Es gab davor keine Probleme. Das ist wieder mal hier so eine Sache, wo sich die WHO meiner Meinung nach mehr Macht sichern wird. Kommen wir nun also zur Entwicklung von Impfstoffen beziehungsweise von Medikamenten und anderen Pandemie-Gütern. Hier wird zunächst gefordert als Maßnahme in dem WHO-Vertrag, dass klinische Studien in möglichst vielen Ländern durchgeführt werden sollen. Das ist selbstverständlich richtig. Und das war ja auch schon beim letzten Mal bei der letzten Pandemie tatsächlich so geschehen. Denn nur so haben ja die Hersteller verschiedener Impfstoffe auch lokal eine Zulassung erhalten. Es ist meiner Meinung nach hier völlig überflüssig, das in einem Pandemie-Vertrag zu regeln. Auch staatliche Hilfen beim Aufbau von Fertigungskapazitäten, die nächste Maßnahme, die hier letztlich im Pandemie-Vertrag festgehalten ist, ist aus meiner Sicht komplett überflüssig. Und das haben wir auch bei der letzten Pandemie gesehen. Es wurde rasend schnell hier dieser Impfstoff produziert. Sobald man produzieren konnte, sobald man die Formel entwickelt hat, wurde hier rasend schnell produziert und verteilt. Das heißt, hier muss ich keine WHO einmischen. Das ist nicht nötig. Unsere Pharmaindustrie ist sehr modern. Und da braucht man hier keine zusätzliche Bürokratie. Einer der strittigsten Punkte ist dann die nächste Maßnahme. Und das ist sozusagen die Weitergabe von Technologie, also Technologietransfer, die Weitergabe von geistigem Eigentum. Und zwar unter Verzicht auf Lizenzgebühren und Patentschutz. Das ist natürlich meiner Meinung nach totaler Quatsch. Das widerspricht hier den Essentials jeder Ethik. Also der Begriff des persönlichen Eigentums ist letztlich zentral für jede Ethik. Und wenn ich Geld investiere und etwas produziere, das mir gehört, und das kann mir dann irgendjemand hier wegnehmen aus irgendwelchen Gründen, dann kann das kein ethisches Verhandeln sein. Und dann erinnert das eher an kommunistische Staaten, als hier an westliche demokratische Werte. Und es ist auch gar nicht notwendig. Viele der ausnahmslos freiwilligen Kooperationen, welche die enorme Ausweitung der Impfstoffproduktion während der Covid-19-Pandemie möglich machten, so schreibt die Zürcher Zeitung NZZ, erfolgten zwischen westlichen Pharmakonzernen und Firmen in Schwellenländern. So ließ der britische Medikamentenhersteller AstraZeneca große Teile seines kostengünstigen Impfstoffs durch das Serum Institute of India in Poon herstellen. Der amerikanische Konkurrent Johnson & Johnson kollaborierte mit dem südafrikanischen Generika-Hersteller Espen. Vertreter auf beiden Seiten dieser Kooperation betonten, ohne einen engen Wissensaustausch hätte es nicht funktioniert. Also nochmal, wir brauchen hier keine zusätzlichen Bürokratien und Bürokraten, die hier letztlich einen Kontrollwunsch haben. Und vor allen Dingen kann es nicht sein, dass hier geistiges Eigentum, ja, also Technologie, die hier sehr teuer finanziert wurde mit dem Geld von Investoren, mit dem Geld von Unternehmen und auch natürlich mit Hilfe von Steuergeldern, hier so ohne weiteres einfach an andere Staaten abgegeben werden, ohne Entschädigung. Das ist meiner Meinung nach völlig unakzeptabel. Eine weitere Maßnahme in dem Pandemievertrag ist dann, ein Warnsystem zu implementieren für mangelhafte Schutzgüter, zum Beispiel Masken und sowas. Das ist natürlich absolut sinnvoll. Der nächste Punkt, der Teil des WHO-Vertrages ist, ist die Mitwirkung der WHO bei der Qualitätskontrolle pharmazeutischer Produkte. Das finde ich auch wiederum komplett überflüssig. Die Produkte hatten einen sehr hohen Standard. Wir brauchen hier nicht die WHO als zusätzliche Instanz, das wird am besten durch die aktuellen Strukturen gelöst. Und auch die letzte Maßnahme in diesem Themenblock, nämlich die Pflichtanteile bei produzierten Gütern zugunsten von Entwicklungsländern, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jedes Land wird im ersten Schritt das Interesse haben, die eigene Bevölkerung zu versorgen. Das ist auch verständlich. Natürlich, wenn ein Land hier überflüssige, zum Beispiel Impfstoffe hat, dann soll es diese auch herausgeben. Aber man kann nicht erwarten und auch nicht von wohlhabenden Ländern, dass sie zunächst mal hier die Bevölkerung dritter Staaten versorgen, bevor sie die eigene Bevölkerung geimpft hat. Sicherlich kann man argumentieren, ob es sinnvoll ist, hier Impfstoffe zu horden, die dann ja sowieso verrotten. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Aber es ist meiner Meinung nach nicht durchsetzbar durch einen internationalen Vertrag, dass hier die WHO entscheidet, wer was bekommt, wenn einzelne Länder hier tatsächlich Impfstoffe gekauft haben oder hergestellt haben. Kommen wir nun zum dritten Themenblock, Beschaffung und Verteilung von Pandemie-Gütern. Hier geht es natürlich vor allen Dingen zunächst mal um die Impfstoffe. Zunächst mal möchte sich hier die WHO eine bestimmende Rolle bei der Verteilung der Impfungen hier sichern. Das ist komplett überflüssig. Da gibt es andere Organisationen, die hier viel besser sind, die hier viel erfahrener sind. Denken wir zum Beispiel an die UNICEF. Wieso brauchen wir hier eine weitere internationale Organisation, die hier mit impft? Des Weiteren möchte die WHO erzwingen, dass Länder offenlegen, was sie bezahlt haben für Impfstoff von anderen Pandemie-Gütern. Auch das halte ich für komplett inakzeptabel. Es ist die Sache der Länder, was sie hier genau verhandeln. Sinnvoll allerdings ist der Verzicht von Exportkontrollen durch Herstellerländer bei den Impfungen. So schreibt die NZZ, das Bestreben Großbritanniens und der USA innerhalb ihrer Landesgrenzen produzierte Impfstoffe für sich zu behalten oder die monatelange Schließung der Außengrenzen Indiens sorgte 2021 zu Recht für Empörung. Die Restriktionen Indiens hatten zur Folge, dass während über einem halben Jahr viele Entwicklungsländer via COVAX kaum noch Impfstoffe erhielten. AstraZeneca hatte mit dem Serum-Institut nämlich vereinbart, dass dieses in seiner riesigen Fabrik in Poon das Vakzin je zur Hälfte für den indischen Markt und für COVAX produziere. Also hier Exportbeschränkungen durch Indien haben dazu geführt, dass andere Länder hier keine Impfstoffe erhalten haben. Das ist natürlich zu verurteilen. Mit Vorsicht zu genießen ist allerdings der von der WHO geforderte Aufbau von Pflichtlagern. Wie die meisten Länder während der Coronavirus-Pandemie schmerzlich erfahren mussten, ist die Haltbarkeit von Impfstoffen meist da wenige Monate beschränkt. Staaten wie die Schweiz und Deutschland mussten dann auch wiederholt große Lagerstände vernichten, wie wir ja berichtet haben. Erschwerend kam hinzu, dass die Impfbereitschaft mit zunehmender Dauer der Pandemie nachließ. Also Pflichtlager sind zwar sinnvoll, inwieweit sie aber praktikabel ist, lässt sich so nicht sagen. Der letzte Teil, der letzte Themenblock ist hier die Information der Öffentlichkeit. Hier muss man sagen, dass die aktuelle Version des Vertrages schon korrigiert wurde. Hier wollte die WHO sicherstellen, dass falsche, irreführende Fehl- oder falsche Formationen zu bekämpfen sind und dies in internationaler Zusammenarbeit. Das wäre doch tatsächlich eine starke Einschränkung der Meinungsäußerung. Deswegen sind solche Vorschriften abzulehnen. Die NZZ schreibt, sie zeugen von einem obrigkeitlichen Staatsverständnis und wären ein Allfallstor für Zensur und Behörden-Propaganda. Zudem sollte man nicht vergessen, dass während der Corona-Krise auch die Behörden falsch Informationen verbreitet haben. Mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist, sagte etwa der Schweizer Gesundheitsminister. Und der letzte Punkt, der hier im Vertrag geregelt wird, sind regelmäßige Updates zur Umsetzung des Pandemievertrages durch die Staaten. Meiner Meinung nach auch komplett überflüssig. Das passiert ja sowieso. Das muss nicht in einem Vertrag festgehalten werden. So, das waren sie, die Maßnahmen, die dieser Pandemievertrag hier festlegt. Ich möchte hier mit einem Zitat schließen der NZZ mit dem Fazit zu diesem Pandemievertrag. Mit dem geplanten Pandemievertrag droht ein Bürokratiemonster zu entstehen. Auch wenn manches gut gemeint ist, wurden viel zu viele Bestimmungen hineingepackt. Mangelware sind lösungsorientierte Ansätze. Dabei zeigte sich während der Corona-Wahrers-Pandemie wie vieles dank etablierten zwischenstaatlichen und privatwirtschaftlichen Netzwerken trotz Notlage erstaunlich. effizient funktionierte. Das beste Beispiel dafür ist die milliardenfache Bereitstellung von Dosen neu entwickelter Impfstoffe innerhalb von nur einem Jahr nach dem Beginn der Pandemie. Von einer WHO-Diktatur zu sprechen, so die NZZ, wie dies die Kritiker tun, ist zugleich wohl übertrieben. Und das ist auch meine Meinung. Dennoch, auch das ist festzuhalten, enthält der Vertragsentwurf Bestimmungen, die weit über den Informationsaustausch und andere sinnvolle Kooperationen in Krisenzeiten hinausgehen. Diese Maßnahmen atmen teilweise einen autoritären Geist. Soweit die NZZ. Also zusammenfassend, keine Zwangsimpfungen, keine Lockdowns werden hier wohl durch diesen Pandemievertrag tatsächlich Realität werden. Aber dennoch, es gibt hier jede Menge Macht- und Kompetenztransfer an die WHO, an anonyme, nicht gewählte Bürokraten weg von den, durch die Bevölkerung gewählten Vertretern in ihren Parlamenten. Binden wir dieser Vertrag nur für jene Länder sein, die ihn unterzeichnen? Natürlich haben sehr viele Länder schon von Anfang an, gleich nach der Pandemie gesagt, dass sie hinter dem Vertrag stehen. Damals hat natürlich noch niemand gewusst, dass es dann so ausartet in einen solch umfassenden Entwurf, der hier nun noch immer von den Ländern verhandelt wird. Bisher konnte keine Einigung erzielt werden. Wir sind jetzt hier Mitte Mai. Mal sehen, was noch passiert. Wenn du jemand bist, der gerne ins Ausland umziehen möchte und für den hier die Pandemie ausschlaggebend war für den Umzug und jemand, der garantiert sicherstellen will, dass es in Zukunft nicht mehr zu einer ähnlichen Aktion kommt, dann kannst du, glaube ich, betreffend des Pandemievertrages beruhigt sein. Hieraus wird sich nicht, so wie ich es sehe, eine solche WHO-Diktatur ergeben, wie es die NZZ genannt hat. Das heißt also, ich würde auch weiterhin letztlich das Verhalten bestimmter Länder während der letzten Pandemie als Vorlage sehen, wie sie sich bei zukünftigen Pandemien verhalten werden. Aber verfolge ruhig auch die Diskussion zu diesem Vertrag, insofern es denn eine gibt, in dem Land, in das du auswandern möchtest beziehungsweise in dem du jetzt schon lebst. Wenn auch für dich das Thema Auswandern wichtig ist und du dir überlegst, ins Ausland umzuziehen, einen Plan B brauchst und dazu steuerliche und rechtliche Fragen hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren und Vermögen zu sichern beziehungsweise neues Vermögen aufzubauen. Es würde mich freuen, auch dich als bald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.